Hallo ihr Lieben! Also da Nino heute noch in der Uni ist und wir ein Paket erwarten, bzw. er, werde ich das heute mal entgegennehmen. Und ja, lasst euch einfach mal überraschen, was da drin ist. So, ich bin jetzt aus der Uni wieder zu Hause. Hier ist das Paket nun. So, und bevor ich das Paket jetzt ganz öffne, es geht darum, dass ich natürlich auf meinen Reisen so ein bisschen auch zwischendurch mal, gerne ein Video schneiden möchte und auch schon mal vorbereiten möchte. Und ja, dann könnt ihr euch jetzt eigentlich mal anschauen, was ich hier schönes habe. Ja, da ist das gute Ding. Ich hoffe, es kann das leisten, was ich möchte. Und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich werde das jetzt nochmal ganz auspacken, vielleicht nochmal ein Foto reinmachen. Wie es dann aussieht im Endeffekt. Aber es ist ja im Prinzip auch nichts Spektakuläres. Aber ich wollte es euch mal mitteilen, dass ich auch von unterwegs dann ein Video schneiden kann und auch hochladen kann. Vielen Dank! Gebt einen Daumen nach oben, falls es euch gefällt. Und abonniert mich, falls euch weitere Videos von mir interessieren. Bis zum nächsten Mal! Tri發! Untertitelung des ZDF, 2020